Also klären wir mal die Begrifflichkeiten. Wovon reden wir eigentlich, wenn wir über die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Migration reden? Wenn wir uns ins Internet begeben und mal bei Google recherchieren, werden wir feststellen, es gibt eine ganze Menge von Begriffen zu dem Thema. Wir können tatsächlich von einer Art Wildwuchs der Konzepte sprechen. In der Abbildung sind einige Begriffe dargestellt, die mit diesem Thema zu tun haben. Beispielsweise Klimaflüchtlinge, das taucht sehr häufig auf, deshalb ganz große Wolke, Umweltflüchtlinge, Umweltmigration, Klimamigration, umweltbedingte Migration, aber auch umweltbedingte Vertreibung, Umweltvertreibung, Klimavertreibung und so weiter. Wenn wir das auf Englisch anschauen würden, würden wir noch viel, viel mehr Begriffe finden. Also wir haben da eine große Zahl von unterschiedlichen Begriffen mit unterschiedlicher Konnotation. Das lohnt sich, da mal genau reinzuschauen. Wenn wir genauer hingucken, stellen wir fest, im Prinzip geht es eigentlich um unterschiedliche Formen, wie Menschen mobil sind. Migration, um Migranten, um Vertriebene, um Flüchtlinge, um Leute, die in irgendeiner Form mobil sind auf dem Weg. Und es geht um die Ursachen dieser Mobilität, dieser Migration, dieser Vertreibung. Und da müssen wir wieder unterscheiden zwischen Prozessen des Umweltwandels und des Klimawandels, die auch nicht das Gleiche sind, die miteinander verbunden sind. Klimawandel, beispielsweise Temperaturanstieg oder höhere Niederschlagsvariabilität, das hatten wir schon. Aber auch allgemein Prozesse des Umweltwandels, sprich Bodenversalzungen oder Entwaldung, die mit Klimawandelprozessen gekoppelt sein können oder oft gekoppelt sind. Aber wir haben auch einzelne Umweltereignisse, also zum Beispiel Wirbelstürme, Überschwemmungen oder Dürreperioden oder generell Umweltfaktoren, große Hitze, große Kälte, magere Böden, zu viel oder zu wenig Niederschlag, die als Ursachen für Mobilität und Migration in Frage kommen. Was das Thema nicht einfacher macht, ist, dass Migration als solches schon ein sehr komplexes Thema ist. Wenn wir uns Bewegungen von Menschen, Migrationsbewegungen sinnvoll anschauen wollen, dann müssen wir einige Sachen unterscheiden. Zum einen ist es sinnvoll, sich anzuschauen, wie freiwillig Menschen eigentlich gehen. Also der Grad der freiwilligen Entscheidung, einen Standort zu verlassen. Da haben wir dann ein Spektrum von freiwilliger Migration hin zu Vertreibung oder Flucht. Es ist die Frage, wer da eigentlich genau geht. Gehen einzelne Haushaltsmitglieder, gehen die Jüngeren, gehen die Älteren, wandern ganze Haushalte ab oder ganze Dörfer, ganze Siedlungen. Wie lange sind diese Migrationsbewegungen? Ist das ganz kurzfristig? Reden wir hier von Wochen- oder monatsweisem Händeln, wenn man außerhalb der Migration auch in die Mobilität schaut? Reden wir hier von zirkulärer Migration, von saisonaler Migration oder ganz langfristiger Migration? Wohin? Wie weit oder wie nah finden Migrationsbewegungen statt? Reden wir von Binnenmigration, reden wir von Land-Stadt-Migration, Land-Land-Migration oder reden wir von internationaler Migration? Welche Motive spielen da eine Rolle? Geht es um Bildungsmigration, geht es um Heiratsmigration, geht es um Arbeitsmigration und viele von diesen Faktoren können auch parallel in Entscheidungen, die zu Migration führen, einwirken. Wir sehen also allein, Migration ist ein Thema, das relativ komplex ist, mit vielen, vielen Dimensionen und Skalen, die wir uns anschauen müssen. Wenn wir uns das Thema Umweltmigration anschauen, dann taucht auch der Begriff der Klimaflüchtlinge früher oder später auf. Hierbei ist es wichtig festzustellen, dass der Begriff Flucht oder Flüchtling zwar einerseits einen real- oder normalsprachlichen Hintergrund hat, sprich jemand, der aus unfreiwilligen Gründen seinen Ort, wo seinen üblichen Wohnort verlässt, aber dass der Begriff Flüchtling vor allem auch ein Rechtsbegriff ist. Der ist festgelegt in der Genfer Flüchtlingskonvention, auf die sich nach dem Zweiten Weltkrieg oder mit den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und des Naziregimes die Staatengemeinschaft geeinigt hat und der Flucht als erzwungene Vertreibung aus ganz bestimmten Gründen festlegt. Nämlich aus der begründeten Furcht vor der Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zur sogenannten Rasse, Religion, Staatszuhörigkeit, Zuhörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen oder wegen politischer Überzeugung. Und da wird jetzt schon klar, zählt das Thema Klimawandel oder Umweltwandel, Umweltfaktoren nicht dazu. Sprich, rechtlich gesehen ist Klimawandel kein anerkannter Fluchtgrund. Jetzt kann man sagen, natürlich, wenn Leute aufgrund von Umweltwandel oder Prozessen des Klimawandels ihre angestammte Region verlassen müssen und sich das nicht aussuchen können, ist das de facto ein Grund zu fliehen. Rechtlich ist es das aber nicht. Und das ist deshalb wichtig, weil Flüchtlinge oder Geflüchtete im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention und der Umsetzung nationaler Rechtsprechung Anerkennung in Zielregionen finden oder finden müssen, damit sie überhaupt als Geflüchtete anerkannt werden. Das heißt, es gibt in den jeweiligen nationalen Rechtssprachen oder Rechtssystemen Übertragungen der Genfer Flüchtlingskonvention. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt gerade auch im Angesicht der aktuellen oder der letzten Jahre der Debatten zum Thema Flucht und Migration, die Wahrscheinlichkeit, dass Klimawandel als Grund zur Flucht aufgenommen wird, ist relativ gering. Sinnvoll wäre es sicher, darüber nachzudenken und das zu diskutieren. Aber es ist auch nicht ganz unproblematisch. Da kommen wir gleich zu. Warum? Weil Klimawandelfolgen als Gründe zur Flucht relativ schwierig festzustellen sind. Um das Thema Klimaflüchtlinge auf den Punkt zu bringen, Flüchtlinge oder Geflüchtete ist vor allem ein rechtlicher oder ein Rechtsbegriff, der aber auch oft im Normalsprachlichen verwendet wird, vor allem in den Medien und vor allem in Überschriften. Klimawandel ist also kein anerkannter, vielleicht auch kein noch anerkannter Fluchtgrund. Das kann sich natürlich ändern, je nach Rechtsprechung. Aktuell gibt es den Klimawandel nicht als anerkannten Fluchtgrund im rechtlichen Sinne, als Grund für einen Anspruch auf Schutz. Aber Klimavertriebene gibt es natürlich sehr wohl. Zum Thema Klima und Migration oder Klimawandel und Migration. Es gibt einige brauchbare Definitionen. Eine relativ breite Definition stammt von der Internationalen Organisation für Migration. Die definiert Umweltmigranten als Personen oder Personengruppen, die sich wegen plötzlicher oder fortschreitender Umweltveränderungen, die sich nachteilig auf das Leben auswirken, gezwungen sehen oder sich dazu entschließen, ihre angestammte Region zu verlassen. Das ist eine so breite Definition, dass da sehr vieles drunter fällt. Die ist aber so formuliert, dass die eigentlich die für viele wissenschaftliche Kontexte relevante Fälle beinhaltet. Und deshalb ist das eine Definition, auf die wir uns oft beziehen. Also, was sehen wir, wenn wir uns das Thema Begriffe anschauen? Es gibt eine sehr große Begriffsvielfalt. Wir müssen, wenn wir das Thema aus wissenschaftlicher Sicht betrachten, hier zwischen Umwelt und Klimawandel und Umwelt- und Klimaprozessen oder Faktoren unterscheiden. Es ist wichtig, Migration und Flucht oder Migrantinnen und Geflüchtete zu unterscheiden als vielleicht analytische Kategorien oder Begriffe und als Rechtsbegriff Flucht. Und wir haben eine brauchbare Definition, wenn wir uns auf die IOM hier stützen zum Thema umweltbedingte Migration oder Umweltmigration. Vielen Dank. Vielen Dank.